Der nachfolgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von Hotel Krone, Rielasing. Das Haus mit Tradition und persönlicher Note. Der perfekte Startpunkt für Ihre Exkursion durch den Hegau. Bei strahlendem Frühlingswetter zeigte sich der Hauptdarsteller Hegau zur Preview der neuesten Produktion des SWR Filmteams. Expedition in die Heimat, unterwegs im Hegau. Hegau Tourismus und das Team des SWR Fernsehens empfingen zur Uraufführung auf dem exklusiven Weingut Vollmeier in Hilsing, neben zahlreichen Vertretern von Städten und Gemeinden natürlich auch die Hauptdarsteller. Bernd Häusler, Vorsitzender des Vereins Hegau Tourismus, begrüßte Regisseur Jo Müller und SWR Redaktionsleiter Norbert Bareiß. Der Gastgeberfamilie Vollmeier galt ein besonderer Dank, da sie für eine großartige Bewertung und eine tolle Location sorgten. Herzlichen Dank! Jo Müller und Norbert Bareiß zeigten sich begeistert von der Unterstützung und Mitarbeit an jedem Drehort und Drehtag dieser Produktion. Im vergangenen Jahr war das Filmteam im Hegau unterwegs, um die Schönheiten dieser Region bildlich einzufangen. Moderatorin Karen Marquardt entdeckt in dieser Folge eine traumhaft schöne Region. Die Bandbreite reicht vom Oscar-Gewinner bis hin zum Höhentaucher. Das begeisterte Publikum nutzt die Gelegenheit im Anschluss zum Meinungsaustausch. Also mich persönlich hat man jetzt nicht unbedingt davon überzeugen müssen, wie schön der Hegau ist, weil mir geht es immer so, wenn ich über den Hegau-Blick rüberfahre und diese Landschaft vor mir habe, dann beginnt für mich eigentlich der Urlaub. Aber wenn ich jetzt diese Bilder sehe, diese wunderbaren Stimmungen, diese tollen Typen, die es hier unten gibt, wer dran vorbeifährt am Hegau, der ist selber schuld, dem kann man nicht helfen. Eine Frage, die immer wieder gestellt wurde, welches war der schönste Drehort? Wo soll ich da anfangen? Da hat es so viele spektakuläre Drehorte. Also von den Landschaften her war es auf jeden Fall der Hohentwil. Ich denke auch, die Luftaufnahmen, die sind unglaublich spektakulär. Und wir hatten an unserem Drehtag wirklich so Kaiserwetter, wo der Nebel unten war und oben blauer Himmel. Ich habe so etwas Schönes eigentlich noch nie bei irgendeinem Dreh irgendwo auf der Welt gesehen. Das hat mich absolut beeindruckt. Dann fand ich halt auch toll, beispielsweise von Christoph Keller, der die besten Schnäpse der Welt macht, der eigentlich vor unserer Haustür das macht. Diese Stählemühle, die hat einen Zauber, der ist schwer zu beschreiben. Und wir hatten an dem Tag auch wirklich Glück mit dem Wetter. Da war auch so ein bisschen Nebel und Sonne. War sehr, sehr spektakulär. Und so Kleinigkeiten wie Bonbonmanufaktur ist natürlich auch eine tolle Geschichte. Oder die Ziegen, mit denen man einen Ausflug macht, die das halbe Kamerateam umgerannt haben, samt Regisseur. Sehr schön. Hat mir alles gut gefallen. Es waren sehr viele spektakuläre Sachen. In den Aachhöhlen war da das ganze Kamerateam dabei. Das war der schwierigste Ort. Das war der schwierigste Ort. Ich finde ihn sehr spektakulär, sehr geheimnisvoll. Aber das war der schwierigste Dreh vom Ganzen, weil wir keinen Platz hatten für das große Team. Wir mussten auch mit kleinen Kameras rein, mit einer C300. Da sind wir da reingegangen. Da haben wir auch die Kamera auf diesen Wagen gelegt, um so subjektiven zu kriegen durch die Höhle. Das ist ganz gut rübergekommen. Und es war wirklich so, dass unsere Moderatorin Angst hat vor Höhlen, enge Klaustrophobie. Es war ganz schwierig, weil sie nervlich sehr belastet war. Wir haben es im Film auch thematisiert. Man sieht es auch im Glitzern und Glänzern der Augen. Da war ihr nicht wohl. Das war von allen Brechstern das Schwierigste. Außerdem waren wir so eingesaut von oben bis unten, dass wir uns da wirklich stundenlang waschen mussten. Kommen Sie gerne auch als Gast wieder? Absolut. Ich habe mich in die Gegend verliebt, auch in die Weine hier bei Familie Vollmayr. Das sind so toll, das sind so leckere Weine. Die Menschen sind so freundlich, die Landschaft ist so schön. Sie können sicher sein, hier komme ich wieder und zwar auch privat. Danke. Gerne, danke. Alles in allem ein rundum gelungener Abend. Da waren sich alle einig. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Mehr Filmbeiträge aus der Region unter www.fhfilmundfoto.com Aufmerksamkeit. Untertitelung des ZDF, 2020